Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börse Daily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 23. März. Wir beginnen mit dem Tagesschart vom Freitag. Wir hatten am Freitag den großen Verfallstermin gehabt. Die Abrechnung hatte gegen 13 Uhr im Bereich von 9.000 Punkten stattgefunden, genau genommen bei 9.006 Punkten. Das war dann der Extensionsbereich, den ich zuvor genannt hatte. In Folge sind wir dann wieder etwas zurückgekommen bei 8.928 Punkten mit einem kräftigen Aufschlag von 3,7%. Aus dem Handel gegangen am Freitag sind danach bürstlich noch weiter nach unten gerutscht und lagen dann am Abend im Bereich von 8.600 Punkten ungefähr. Außerbürstlich notieren wir am späten Sonntagabend im Bereich von 8.400 Punkten. Das bedeutet, dass wir mit einem Gip Down höchstwahrscheinlich in den Handel starten dürften und die Long- und Short-Bereiche befinden sich dann für den heutigen Montag in Bezug auf den außerbürstlichen Kurs bei 8.400 Punkten im Bereich von 8.500 Punkten und 8.600 Punkten für mögliche Short-Positionen. Und dann bei 8.000 und 8.100 Punkten für mögliche Long-Positionen hier im Bereich von 8.000 Punkten befindet sich auch die nächste große Anlaufmarke. Sollten wir also im DAX unter 8.000 Punkte fallen, dann dürfte sich die nächste große Anlaufmarke bei 7.000 Punkten befinden und darunter dürften dann direkt 6.500 Punkte folgen. Sollte sich in der Nacht noch viel ergeben und es Änderungen geben, dann werde ich neue Short- und Long-Bereiche dann am Morgen vor Börseneröffnung nennen im DAX unter dem YouTube-Video im Kommentarbereich. Im Wochenchart haben wir die Wochenlinie nun bei 8.500 Punkten rot, 8.000 Punkten hellgrün, 7.000 Punkten dunkelgrün und auf der Oberseite dann bei 9.000 Punkten dunkelrot. Wir befinden uns vorwürstlich im Bereich von 8.400 Punkten aktuell am späten Sonntagabend. Das bedeutet, wir befinden uns hier unter der roten Markierungslinie. Sollten wir also über 8.500 Punkte ansteigen können, dann könnten wir eventuell nochmal Kurs nehmen auf die Marke von 9.000 Punkten und das Verlaufshoch vom Freitag nochmal anlaufen. Höchstwahrscheinlich werden wir aber Richtung 8.000 Punkte nach unten abdrehen und dann diesen Bereich hier zunächst anlaufen, diese Unterstützung und dann in den folgenden Tagen diesen Bereich auch nach unten durchbrechen und letztendlich dann Kurs nehmen auf 7.000 Punkte, wo sich dann die dunkelgrüne Markierungslinie im Wochenchart befindet. Zum Ende des Videos haben wir hier nochmal den Monatschart, der wichtigste Chart für den längerfristigen Verlauf. Wir haben hier eine enorm lange, schwache Monatskerze für den aktuellen Monat März vorliegen. Die leutet schon darauf hin, dass wir wahrscheinlich auch im folgenden Monat April weiter nachgeben dürften. Diese enorme Abwärtsdynamik dürfte nicht einfach so auslaufen, sondern wir dürften dann auch im folgenden Monat mit einer etwas längeren roten Monatskerze aus dem Handel gehen und könnten möglicherweise hier zunächst im Bereich von 8.000 Punkten auspendeln. Sollten wir aber die Marke von 8.000 Punkten, wie gesagt, nach unten durchbrechen und auch den Trennkanal hier nach unten durchbrechen, dann dürften wir direkt weiter Kurs nehmen im großen Bild hier auf 6.500 Punkte. Die Marke von 6.500 Punkten ist für mich die langfristige Korrekturmarke. Unter 6.500 Punkten würde die Luft dann auch für die Bären sehr dünn werden. Insofern rechne ich damit, dass wir hier im Bereich von 6.500 Punkten, sollten wir diesen Bereich denn anlaufen, auch wieder eine etwas längere Aufwärtskorrektur vor uns haben könnten. Wie es dann weitergeht, muss man sehen, aber in diesem Bereich dürften wir dann zunächst einmal wieder nach oben abdrehen, könnten eventuell nur eine Gegenbewegung vor uns haben, möglicherweise ein Pullback hier Richtung der ehemaligen unteren Trennkanalbegrenzung, möglicherweise hier Richtung 8.000 Punkte und dann wieder nach unten abdrehen und erneut Kurs nehmen auf 6.500 Punkte und dem Trend folgend dann je nach Verlauf in der Coronavirus-Pandemie auch dann die Marke von 6.500 Punkten nach unten durchbrechen. Wichtig sind die Marken nun bei 8.000 Punkten und unterer Trennkanalbereich und dann bei 6.500 Punkten als langfristige Anlaufmarke. Gut, wir werden dann wieder durch für heute. Achten Sie noch auf die Kommentare dann vor Börsenbeginn. Möglicherweise werde ich den Long- und Short-Bereich noch etwas anpassen, je nachdem, wie sich der DAX dann in der Nacht entwickeln wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn, viel Erfolg im heutigen Handel und ich melde mich dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call.